Es ist eineinhalb Wochen her, da haben wir auf der Bayernwelle das Finale unseres Ostereilights ausgespielt. Eine von 5000 Bayernwelle-Hörerinnen hat einen Traumurlaub in der Gruppen gewonnen. Und jetzt sind wir im Traumbeute im DER-Reisebüro und dürfen den Gutscheid übergeben an unsere glückliche Gewinnerin Birgit Riediger. Sie ist da, der Urlaub ist schon gebucht und jetzt machen wir es offiziell. Bitteschön. Ihr Frau Riediger, wir gratulieren vom DER-Reisebüro mit der Bayernwelle nochmal ganz herzlich zu dem Gewinn. Es geht eine Woche nach der Gruppen und ich darf gerne einmal den Reisegutscheid und einen Blubelgruß von uns überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Und von uns natürlich auch, freut uns sehr, dass wir ausgerechnet eben die Nummer 1824 überreicht haben. Und viel Spaß beim Urlaub in der Gruppen. Dankeschön.